und damit geht es weiter mit einer weiteren folge let's play let's play lies of key meine ich ja dann schauen wir mal wieder weiter kommen wir werden diese folge sachen sammeln vor allem die dort wo wir vorher nicht wirklich weitergekommen sind jetzt haben wir eine abkürzung eröffnet und dann können wir hoffentlich den boss legen in dieser stadt so er habe ich genug so wenig was gut ist gehen wir einfach hier durch gehen wir hier durch ja 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 So, ganz in Ruhe, ganz ganz in Ruhe. Das halte ich ganz vorsichtig und ich treffte nicht. Okay. Jetzt gehen wir den an. Ich darf nicht weiter weg gehen, weil sonst triggere ich die anderen. Okay, das war eigentlich easy. Jetzt gehen wir hier gleich los. Das war ja mal einfach. So, das haben wir erreicht. Was haben wir hier? Oh nein, 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 nein. Darf an denen nicht getroffen werden. So, jetzt ganz ruhig. Hier auf jeden Fall ist ein Schmittlerling. Den hole ich mir. Wo ist der? Wo ist der? So viele Monster hier. Den graf ich zuerst an. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Guck mal. Okay. Hier durch. Die legen wir zuerst. Die stirbt ja schnell. Okay. Braucht nur zwei Schläge. Das ist gut. Das ist ja einfach. Da haben wir die Truhe. Was? Die Gegend haben wir erkundet. Was haben wir hier? Knochen- Knochen-Segenblatt. Techni- Nein. Ich dachte Technik A. da. Ja. Ja. Wir holen uns das hier. Wählen uns das dort. Und das dort. Und dann haben wir glaube ich alles. Oder glaubt ihr habe ich noch was verpasst. Ich glaube ich habe ein paar sehr coole Items bekommen. Okay. Da gehts runter. Gernsack. So ein Blödsinn. Okay. Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay. So. Hier runter. Und dann haben wir überhaupt alles. was war das jetzt gut dass ich da nicht nur mal schauen dass ich noch hier was habe ich denn so bekommen quarts dunkelmond monstern des bundes ausgewogenheit okay mit ausgewogenheit kurbel kann ich meine stats zurücksetzen sozusagen und hier haben wir nichts neues ich glaube hier haben wir nichts mehr hier mussten wir eigentlich direkt zur bibliothek kommen da ist die eine gestanden da kann man nicht nur durch wird da ist was vielleicht hoch und dann runter und da hoch nein okay wir sind bei der bibliothek angelangt so das heißt wir können jetzt zurück zum stargäser haben wir ein paar ergo jetzt ich das was für ein level ab ja los klima level ab vor dem boss wobei ich habe jetzt ein ergo ich kann sogar ein p organ verstärken ja schauen wir es an und währenddessen hören wir uns an unsere alte schallplatte die wir gekauft haben ich hoffe da gibt es keine copyright issues ich hoffe da gibt es keine copyright issues denn die photoshop obede landscaper woher 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 sehen De rencontrer Maintenant Ecoute Mon coeur Où es-tu maintenant Il s'agit D'attendre Toute ma vie T'entends-tu A ma petite voix Je t'attends Depuis longtemps Jusquakt Moi Jusquakt Jusquakt Je t'attends Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, das war ein schönes Lied Aber was geben wir da jetzt rein? Ich kann das hier reingeben Hm, viel schwerer werde ich eh nicht mehr Und... Was haben wir hier? Produziert Feuerschaden, Feuerwiderstand ist weniger, aber dafür alles andere hoch Ah, es kommt drauf an, welchen Gegner wir haben Erhöht Elektroblitz Ich glaube, wir nehmen zuerst mal das hier Ah, ich glaube, das ist gut So, ich glaube, wir sind ready Oh, okay, war ja klar Sorry, leider Frage ist, helfen uns die Füchse... Oh, wo bin ich jetzt bitte? Wo wollte ich nicht hin? So, jetzt aber Wir sind jetzt noch stärker geworden, sehr gut Und... Und... Wo gehen wir hin zum... Hier hoch Und wir sind schon da Was sind die zwei Und... Wir gehen's jetzt an Jetzt sag ich mal Holen wir uns noch einen Freund Gernfragmente habe ich ja genug So Gegen die schwarzen Hasen Hey, es ist nur fair, dass ich jemanden mitnehme Wir sind zu viert Ich glaube, es ist nur fair, dass ich jemanden mitnehme Okay, die sind schon cool Okay, die sind schon cool, lass Bring it on You ain't seen nothing like one, brother Nein, die sind schon cool, dass ich Das war's für mich. Aber okay! Wie hätte ich die alleine besiegen können? Ich dachte, die zwei helfen mir. Vielleicht weil ich schon Geist habe? Schauen wir mal, ohne Geist. Okay, die brauche ich nicht töten. Einfach nur laufen. Hey, was ist die große Idee, die uns hinterlassen? Ich wusste, wir sollten ihnen nicht vertrauen. Lass uns raus und diese löschen Bums ein Business geben. Haben sie uns wirklich alleine gelassen? ? Bring it on! Okay, he's in Schnelle. Und die zwei sind weg. Ja, da muss ich. Brauche ich Leute. Will die nicht helfen? Wie soll ich das mal machen? War das meine Schuld, weil ich... ...ein Gespenst gerufen hab? Bring it on! Man, you ain't seen nothing like my brother. Meine Barbe hat's left. Ich hab die Barbe. Das sind so viele. Viel zu viele. Von Gados. Ja. Das ist ein ganzes Umgebung, oder? Wie soll ich die Barbe hat? Das ist ein ganzes Umgebung. Die Barbe hat's richtig. Die anderen. Ich hätte sehr gut. Sie müssen dich überwenden. Oh, no, don't give up, Rose! I've seen the damage before. Let's finish this. I'm dead. Okay. Fast, wenn die anderen da sind, kümmere ich mich zuerst mal um die Kleinen, bevor ich den Großen mache. Diese Feiglinge, ich lasse mich da einfach allein. Okay. 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 You're going to fall down. Okay.